Warum häckselt man Gras eigentlich mit einem Häcksler und nicht mit einem Ladewagen? Das ist relativ einfach zu beantworten, wenn wir uns das Material mal hier vorher angucken, wie lang das ist. Ein Ladewagen hat zwar auch eine Schneidvorrichtung, aber bei Weitem kann der kein Material so fein häckseln wie das hier. Ich habe mir hier eine kleine Stelle mal daneben gehauen. Und zwar so sieht das Ganze hier aus. Das sind hier 6 mm Häcksellänge. Und wenn ich mir noch Mühe geben würde, dann könnte ich auch noch bis 3 mm runter häckseln. Dazu hat natürlich ein Häcksler eine ganz andere Durchsatzleistung als ein oder mehrere Ladewagen. Wir fahren hier aktuell mit 170 Tonnen in der Stunde. Das sind ungefähr 10 von diesen 50 Kubik Transporter. Ladewagen kann dafür nur Gras häckseln. Ein Häcksler kann unter anderem auch Mais häckseln. Letztendlich ist es eine Frage des Verwendungszwecks und der Struktur des Betriebes.